Zum ersten Mal präsentiert das Skigebiet Felder in Südtirol das absolute Schlager-Highlight einer Talstation. Mit dem Gepäck haben die Veranstalter keine geringeren Stars als DJ Ötzi, Alessa, Christian Stark, Nordwand, Jason und Lara Bianco-Fuchs. Meine Gefühle möchten aufleben und seine Liebe soll es abheben. Nur mit dir fühle ich nichts frei. Es gefällt es wirklich wahnsinnig gut. Man muss sich einfach nur diese Umgebung anschauen. Das ist wirklich ein einzigartiges Ambiente. Noch dazu, wie gesagt, dieser Sonnenschein. Wunderbare Gäste, ein tolles Musikprogramm. Und noch dazu, wir haben jetzt gerade ein paar Highlights aus der Küche bekommen. Also, wir sind rundum glücklich. Sehr schön. Ja, wir sind wirklich zufrieden heute. Wir haben heute ein tolles Wetter gewuschen. Wir haben eine richtig gute Stimmung, ein richtig gutes Programm mit tollen Künstlern. Die Fans unten auf dem Platz feiern richtig mit. Wir sind richtig zufrieden mit dem heutigen Tag. Die mega Stimmung da und die Bands sind alle großartig. Alle Künstler sind ein Traum. Da kann man richtig mitfeiern. Am 7. Dezember ist schon mal ein Album erschienen. Revellenherst, das war zu Südtirol sehr gut gekauft worden. Und ich wusste dann, dass viele Leute auch die Titel mittlerweile mitsingen können. Und soll ich als Musiker logisch die Krönung, wenn sie die eigenen Songs, die Fans mitsingen, ist als Musiker eine sehr, sehr, sehr große Genugtuung noch, was man, dass die Zeit im Studio und mit Schreiben nicht umsichtbar ist. Hochzeitvoll, Tor, da nicht. Freunde, wir singen! Um, zwei, drei! Sesi-Sesi. OZIENN Nicolas Om NCR Komm, 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 Komm zu mir gehauen. Komm, 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 halt diesmal nicht verblühen. Die Schlagerfans kamen wieder voll auf ihre Rechnung. Ein strahlend blauer Himmel, gute Stimmung, wohin man sah und Stars, die richtig Bock auf eine Party hatten. Super! Super! Wir werden nächstes Jahr wieder kommen! Das ist ja alles voll und schwierig. Alles super. Super Stimmung, super Wetter und perfekt. Ich bin überwältigt, denke ich schon, von der Anzahl der jungen Leute, die da sind. Also, ich bin da sehr überrascht und spielt natürlich auch das Wetter mit, weil es könnte eigentlich nicht besser sein. Wir haben uns jetzt einmal probiert, einen ersten Anlauf zu nehmen und wir hoffen, dass wir es auch weiterführen können. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Diesmal wieder auch mit dabei, als Special Guest Alexander Eder, der Shootingstar der Szene. Ich hoffe, du weißt das. Also, ich arbeite jetzt gerade an meinem ersten eigenen Album. Es ist auf Deutsch. Es ist eine total eigene Richtung. Es ist total lässig, cool und ich werde auch ein bisschen überraschen, sage ich mal. Dankeschön und auch ein riesiges Dankeschön an Starmaker für die tolle Veranstaltung. Es ist ein super schönes Gebiet da. Und noch dazu, gerade über dem Berg, das ist eigentlich meine Heimat. Das ist jetzt toll, wie mir das schon taugt. Das Schlager-Open-Air im Skigebiet Felders. Ein Event der Extraklasse. Und über unsere Liebe war, singen weiter! Eine Starm! Eine Stamm! Eine Stanne! Ich liebe tiefer- たamiter. Ich liebe die Stimme! eine Stimme! Vielen Dank.